Guten Tag, mein Name ist Dirk Seeler. Ich bin Chefarzt der Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Endoskopie im Asklepus Westklinikum Rissen und bin dort zuständig für die Behandlung von Erkrankungen der Verdauungs- und Stoffwechselorgane. Das betrifft den Magen-Darm-Trakt von der Speiseröhre bis zum Enddarm, schließt aber auch die Organe wie Leber, Bauchspeicheldrüse und Stoffwechselerkrankungen ein. Besonders spezialisiert sind wir in unserer Klinik auf Ultraschall-Diagnostik. Das betrifft sowohl den konventionellen Ultraschall- als auch die Ultraschall-Untersuchung mithilfe von Kontrastmittel und die Endosonographie. Das ist eine spezialisierte Ultraschall-Untersuchung mit endoskopischen Sonden aus dem Magen-Darm-Trakt, sozusagen Magen- und Zwölfingerdarm.